Ich habe von euch jetzt ganz viele verschiedene Sprünge über das Gerät gesehen. Ihr seid vorwärts drüber gesprungen, ihr seid rückwärts gesprungen, ihr habt Drehsprünge gemacht, ihr seid einwandig abgesprungen und seitlich drüber gesprungen. Jetzt möchte ich, dass ihr den anderen Gruppen eure Sprünge, eure vielen verschiedenen Sprünge präsentiert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.